. Wir sind jetzt hier in der Factory. Und gucken uns jetzt mal an, wie die Fahrräder hier gebaut werden. Aber das geht natürlich nicht ohne Sicherheitsschuhe. Und ohne Sicherheitsweste, das ziehen wir jetzt mal an. Und auch bitte keine Rucksäcke mit reinnehmen. Krass. Das hier, da werden Autos hier auch zusammengebaut. Aber jetzt mal ohne Scheiße, das sieht ja ungefähr genauso aus. Nein, nein. Das ist schon eine sehr moderne Fertigungsanlage für die Bike-Industrie. Die aber auch nach gewissen Gewichtspunkten aus der Autoindustrie so aufgebaut worden ist. Siehst du? Ja. 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 Wie lange arbeitest du jetzt bei Canyon? Ja, 17 Jahre eigentlich. Der kann uns jetzt alle Secrets erzählen, die keiner wissen darf. Ja. Wir werden jetzt den Weg versuchen, mehr oder weniger so zu gehen, wie der Ablauf der Ware ist. Also, okay, dann fangen wir an. Also hier, wie ihr jetzt natürlich gerade seht, das ist ja perfekt. Hallo, grüß Sie. Das heißt, der Lkw meldet sich vorne. Dann checken die den Lieferschein und die scannen teilweise, also die scannen den Lieferschein, da ist ein QR-Code drauf, die scannen den dann schon ab. Hier kommt nur die Ware hin und wird eingescannt und dann weiß das Gebäude hier, wo gerade die 400 Speichennippel oder irgendwas anderes gerade rum geht. Und von hier aus geht es dann weiter. Genau. Erbst 2015. Wurde hier eröffnet. Wurde hier diese Factory eröffnet. Es geht hier um den Zusammenbau der Fahrräder. Richtig, genau. Das heißt, hier wird nicht der Rahmen an sich produziert. Absolut nicht. Hier kommen Einzelteile an, die werden hier zusammengeschraubt und aus den Einzelteilen wird dann irgendwann ein fertiges Fahrrad und das geht ins Warehouse dann. Genau. Die Kapazität geht hoch bis zu 500 Rädern pro Tag. 500 Räder pro Tag? Wenn es maximal gut läuft. Das ist schon mal gut. Hier ist es jetzt zum Beispiel sehr, sehr interessant. Diese Station hinter uns ist die erste Prüfstation. Hier wird geprüft der Rahmen, die Sattelstütze, der Lenker, die Gabel. nicht alles, sondern man holt aus der angelieferten Ware stichprobenartig einen Rahmen oder eine Gabel oder einen Lenker, einen Cockpit raus und macht hier die erste Prüfung und zwar Sichtprüfung, Wandstärkenmessung, endoskopische Untersuchung und schaut, ob aus der Lieferung heraus es jetzt hier eventuell Abnormitäten gibt, Veränderungen, Beschädigungen. Wenn das der Fall sein sollte, geht quasi die Lieferung der Slot komplett von hier sofort hoch ins Canyon Home zum Computertomographen. Das heißt, die checken dann die ganze Lieferung komplett durch über den CT, um sicher zu sein, dass das jetzt nicht die gesamte oder eine größere Menge der angelieferten Ware betrifft. Danach sollte das aber der Fall sein, dass sich das bestätigt, dass du mehrere Beschädigungen hast in einem Anlieferungs-Slot, geht man automatisch über Canyon Home mit dem asiatischen Lieferanten, die ja auch gleiche Qualitätsmaßstäbe haben und auch die CTs vor Ort haben und geht mit denen in Kontakt und versucht zu prüfen, ob vor Ort der Fehler auch klar ist und nachvollziehbar ist. So, weiter Jungs! Erste Produktionsstation genannt Flexmontage. Das heißt, hier werden, also das können wir aber auch gleich nochmal fragen, Modelle wie zum Beispiel so ein Strive oder ein Sender, also sehr komplexe Modelle, nicht das Speedmax, das wird oben gebaut in der Einzelmontage, die werden halt hier zusammengebaut. Und hier ins Haus kommt nichts vormontiert, sondern hier kommt wirklich nur Einzelteile an? Ja. Okay. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es eben nicht nur die Menschen, die jetzt hier an der Station stehen und dafür sorgen, dass jetzt das Kabel in den Rahmen kommt, sondern es gibt sogar noch Menschen, die sorgen dafür, dass jetzt nur das Kabel auch in die Kiste kommt, damit das dann der Mensch machen kann. Genau. Das müssen wir nicht selber machen. Nein, genau. In die blaue Kiste. Ja, ja. Nein, die Leute, die wirst du gleich kennenlernen, die sind im Lager natürlich. Das machen nicht die hier. Okay. Also hier ist jetzt das Hochregallager. Hier ist das Shimano. Genau, das ist nur Shimano. Also als wir die Räder hier noch quasi noch gelagert haben, wo ich eingangs gesagt habe, da war das dann so, dass im Grunde genommen die ersten eins bis vier war, glaube ich, Zubehör. Ja. Und dann von fünf bis hinten bis 15 war alles voll mit fertigen Bikes in Bike Arts. Okay. Wahnsinn. So. Ja, das ist das. Und jetzt sind hier nur noch Teile. Ganz genau. Jetzt gibt es hier nur noch Teile. Ja. So, hier ist so das Transferlager. Das ist unfassbar. Also wie viel das einfach ist, das ist irrsinnig. Und er hat es gerade eben gesagt, dass hier sind nur die fertigen, also nur das, was letztlich an das Rohfahrrad drankommt, damit das fährt. Also so Sachen wie Flaschenhalter, irgendwie so Lenker. Das ist hier noch gar nicht dabei, sondern hier sind wirklich erstmal nur Lager, Ketten, Schaltwerke, Schläuche, Reifen, der ganze Scheiß. Hier ist einfach so eine Riesenhalle voll, Alter. Das ist schon krass. Ja. Absolut verrückt. Und guck dir das mal an, da wo jetzt irgendwo steht, das geht einfach weiter. Das ist das sogenannte Kommissionslager oder Kommissionierlager. Ja, das ist dieses Lager. Also, ich fasse es noch mal kurz zusammen. Die Ware kommt hier irgendwann an, fliegt da in das Lager. Von da aus wird sie dann das erste Mal vorsortiert. Und von da aus, vorsichtig nicht, dass du überfahren wirst jetzt hier von Gabelstaplerfahrer Klaus. Und von da aus, und das gucken wir uns das jetzt an, geht es dahin, wo der Karton dann auch wirklich aufgemacht wird. Und dann haben wir es vielleicht gerade eben schon gesehen, gibt es so kleine blaue Kisten. Und diese blauen Kisten mit dann beispielsweise dem Laufrad, mit der Kette oder dann 20 Ketten, gehen dann eben an die Station, wo es auch verbaut wird. Das ist dolle. Okay, das heißt an der Vormontage arbeiten einfach die Menschen schon mal, so wie es der Name lustigerweise vermuten lässt, vor. Und an den 18 Montageplätzen wird dann das Fahrrad aus den Einzelteilen zusammengesetzt. Ganz genau. Und das dann aber auch in der Schleife oder ist es dann so, dass einer ein Fahrrad zusammenbaut? Nein, das werden wir uns jetzt anschauen. Wir haben verschiedene, an den Montageplätzen steht jeweils einer. Und was man hier verstehen muss ist, wir produzieren hier nicht ein Modell durch. Ja, okay. Das heißt, wir sind in der Lage drei oder vier verschiedene Modelle in einer Linie zu produzieren. Also ein Endorace, dann kann ein Lux kommen, dann kann ein Gravel kommen und dann kommt wieder ein Ultimate zum Beispiel. Check. Genau. Also das hier ist das, was MADE in der Werkstatt mit der Säge und Artenschutz macht. Das passiert hier auch automatisch einfach. Hier werden die Gabelschäfte gekürzt nämlich nur. So und guck mal da, wenn man da jetzt so durchguckt, wird zum Beispiel gerade ein Arrow zusammengebaut. Guck mal, die werden natürlich jetzt einmal schon vormontiert, damit die Schaltung und so angebaut werden kann. Und hinterher werden sie wieder abmontiert, damit sie versendet werden kann. Könnte man ein Ulti oder ein Arrow oder ein Grey werden. Danke. Tatsächlich entstehen hier einfach innerhalb von 30 Minuten ein Fahrrad von komplett Scratch. So, da greifen jetzt natürlich viele Sachen zusammen. Aber so, dass wirklich der Prozess startet, dass die erste Schraube überhaupt in irgendein Loch gedreht wird, vergehen dann 30 Minuten und dann kommt am Ende halt ein komplettes Fahrrad raus einfach. Und was Michael auch gesagt hat, es ist jetzt nicht so, wie man das vielleicht aus so einer Automanufaktur kennt, dass jetzt in dieser Linie, vor der wir jetzt hier gerade stehen, bestehend aus 18 Plätzen, immer nur eine Modellreihe gebaut wird, sondern, das sieht man jetzt hier auch, da hängt halt eben mal ein Fully, dann hängt da noch ein Fully, dann kommt aber ein Arrow dazwischen, dann wieder irgendein Stadtfahrrad, dann wieder ein Fully. Das heißt, an jedem Linienplatz werden einfach verschiedene Fahrräder auch zusammengebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mitarbeiter hier den ganzen Tag nur Aeroads zusammenschrauben und morgen dann nur irgendwelche Mountainbikes, sondern hier wirklich nach Bedarf quasi zusammengeschraubt wird, was auf dem Display erscheint. Bis das Fahrrad dann einen Platz weiter rutscht, vergehen 90 Sekunden. Jetzt sehen wir es auch gerade. Genau, und sollte jetzt hier irgendjemand dabei sein, der es vielleicht nicht hinbekommt, in der Zeit fertig zu werden, dann gibt es da so eine Kurde, wo dann herangezogen wird und dann verzögert sich der Prozess dann eben so ein bisschen. Und alle anderen freuen sich. Und alle anderen freuen sich, weil die können kurz. Hier ist die Endkoppelung statt. Das heißt, die Endkoppelung von der Linie, aus dem Druck raus. Und hier werden die Räder dann entkoppelt und gehen in die Endradmontage. Und die haben jetzt nicht den zeitlichen Druck wie bei der Linie. Die machen die Endkontrolle des Rades. Die checken also nochmal alles komplett durch. Ja, die Anzugsmomente mit Drehmomentschlüssel, der elektronisch gesteuert ist. Das sind die ganzen Endradmontageplätze quasi. Und die stehen jetzt hier quasi an, müssen in die Box gehen, werden Endrad montiert und dann gehen sie hinten in die Verpackung. Das ist der Weg dann. Okay, alles klar. Das heißt, nochmal zusammengefasst, das hier, die Seite, die rechte Seite, oh Gott, siehste, deswegen soll man hier keinen Rucksack mitnehmen. Die rechte Seite ist die Linie komplett. Da werden die Fahrräder aus Einzelteilen zusammengebaut und hier findet dann die Endradmontage statt? Genau, in den Boxen hier, in den Einzelnen. Ja, also, wir haben jetzt hier so ein paar Zahlen gehört. Die Fabrik ist ausgelegt für, ich glaube, was hat er gerade gesagt? 375 Räder am Tag. Am Tag. So, und jetzt hat das Jahr ja auch so ein paar Tage. Und man ist hier in der Lage, einfach jeden Tag 375 Räder herzustellen. Das muss man sich mal geben, Alter. Das ist schon echt, echt crazy. Das heißt, wenn jeder bestellt wie die Verrückten, haben die hier auch ordentlich was zu tun. Und das ist schon, ist Wahnsinn, das einfach mal so zu sehen, wie das so alles ineinander greift. Und ich glaube, ich persönlich am verrücktesten finde halt wirklich, und das vergisst man, oder beziehungsweise macht man sich da ja auch nie drüber Gedanken, die Teile kommen ja hier in riesengroßen Kartons an, in einer riesengroßen Stückzahl so. Also es ist ja nicht so, dass hier einfach ein Karton ankommt, so mit einem Bausatz für einen Airroad, sondern hier kommt halt einfach ein Karton an mit 50 Reifen, so. Das ist schon, das ist schon irre, das so zu sehen. Und hier werden die dann also verpackt. Ja, genau. Also wir sind jetzt quasi einmal den kompletten Weg mit so einem Radl mitgegangen. Von Einzelteilen in Riesenkartons ins Lager, durchs Lager durch. Dann werden die in so kleine Kisten gepackt, werden vormontiert teilweise, beziehungsweise in die Linie gegeben. Ich habe heute nämlich auch viele Wörter dazugelernt. Linienmontage an die einzelnen Arbeitsplätze, wo dann eben das Fahrrad zusammengesteckt wird. Nach 30 Minuten kommt dann hier ein Fahrrad an und wird dann verpackt. Das heißt, hier hinter uns stehen jetzt ganz, ganz viele Kartons, die dann schon fertig gefaltet sind. Das Fahrrad wird wieder auseinandergenommen, kommt in den Karton, wird dann da noch mit Luftpolsterfolie verpackt. Und dann geht's ab ins Warehouse und von da aus kommt das Rad dann zu euch nach Hause, im besten Falle. Also, Michael, ganz, ganz vielen Dank. Danke. Ich fand's super interessant. Freut mich. War auch wieder eine erschlagene Menge an Informationen. Aber war krass, das mal zu sehen, so von Einzelteilen. Und am Ende kommt dann fertig das Fahrrad raus. Okay, also wie gesagt, ganz, ganz vielen Dank. Gerne. Von eurer Seite irgendwelche Anmerkungen? Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, wir fahren mal wieder zurück nach Koblenz jetzt, ins Headquarter. Denn wir haben da noch ein bisschen was vor heute Abend. Wir müssen ja noch trainieren jetzt gleich. Also, bis dann. Hi. Wo sind wir? Äh, wir sind wieder im Headquarter. Und bereiten uns jetzt gerade vor für den Livestream, den wir jetzt gleich noch hosten werden. Weil heute ist ja Mittwoch. Und heute ist der elfte Mittwoch von zwölf. Was ist das denn? Und weil wir natürlich auch durchziehen wollen, dachten wir, wir fahren das Training heute mal hier. Wir sehen uns dann jetzt gleich wieder. Für uns ist es dann morgen. Einmal. Genau, ja. Dann machen wir mal auch noch so ein paar Sachen. Also, bis dann. Ja, optimal. Hallo. Na? Wir haben jetzt Tag drei für uns. Bei euch läuft das Video einfach weiter. Ist der letzte Tag hier heute. Wir sind jetzt noch bis zum Mittag hier. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen, so drei Stunden ungefähr, die wir jetzt hier sein werden. Und wir gucken heute mal an, was Fritz eigentlich so auf Arbeit macht. Das wird gut, glaube ich. Fritz? Ja? Was machen wir jetzt? Ja, ich zeige euch mal, wo ich arbeite. Da freue ich mich schon drauf. Wird heute gelötet? Ihr seid heute meine Praktikanten. Darf ich heute auch was testlöten? Du darfst auch was löten. Ja, geil. Also, ich komme jeden Morgen, jeden Morgen, komme ich hier aus den Katakomben, aus der Fahrradgarage. Ziehe mir vielleicht noch meine Birkenstock an. Heute habe ich aber festes Schuhwerk an. Warum? Ja, weiß auch nicht. Heute noch nicht so richtig angekommen. Ja, willkommen Innovation Lab. Hier ist so eine kleine Werkstatt von uns. Ja, was machen wir hier alles? Hier ist so der erste Step für uns in der Entwicklung. Wie gesagt, mit 3D-Druck können wir, bevor wir irgendwie Teile fräsen lassen oder irgendwie eine Molde öffnen, Kunststoffteile fertigen lassen, können wir hier schon mal ein bisschen mit 3D-Druck uns beschäftigen. Da haben alle Entwickler darauf Zugriff. Und ja, hier ist auch jeder, der hier arbeitet bei Canyon in der Entwicklung, gerne gesehen, kann hier basteln, kann hier einfach mal ausprobieren, ein bisschen forschen und sowas. Und ja, jetzt würde ich sagen, zeigen wir euch mal ein paar Kleinigkeiten. Könnt ihr vielleicht mal noch so ganz kurz allgemein eingrenzen, wofür das Innovation Lab da ist? Das wäre, glaube ich, nochmal ganz gut. Also das Innovation Lab, Wolfi war ja, oder ist vielleicht gestern ja mal kurz im Video erschienen, der hat das Innovation Lab gründen dürfen. Und bis dato, bis zur Gründung letzten Jahres, war halt Entwicklung immer Teil von der Produktentwicklung. Und jetzt wurde es halt komplett ausgegliedert, quasi so ein bisschen Bastelabteilung, also wirklich so Vorentwicklung, um mal auch mal was ausprobieren kann. Und auch Budget für Tests und sowas da ist, wo halt dann vielleicht jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht 100 Prozent gegeben ist, dass es auch ein Produkt wird. Also schon ein bisschen Spielgeld und aber auch das klar abzugrenzen vor Entwicklung und Produktentwicklung. Du hast mir, glaube ich, schon mal gesagt, also nicht jetzt, als wir in den letzten Tagen, in denen wir hier sind, sondern ich glaube schon mal irgendwann bevor, dass rein theoretisch jeder Mitarbeiter bei Canyon euch Ideen reingeben kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine super krasse Idee habe, wie man das Fahrrad noch schneller machen könnte oder dass das jetzt der neue heiße Scheiß wäre, dann prüft ihr das tatsächlich auf Richtigkeit. Und dann könnte es eventuell sein, dass es umgesetzt wird. Es wird dann, wie Fritz schon gesagt hat, so ein Bewertungssystem für deine Idee. Das ist dann so auch gegliedert für die, wie ist es für den Kunden, wie ist es für den Umweltschutz, das, 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 das oder neue Produktionstechniken. Und das wird von allen Welten zusammen bewertet, dass es auch fair ist, nicht, dass man irgendwie sagt, ja, das ist meine Idee, ich habe Bock drauf, ich finde das geil, wir machen das. Sondern es wird wirklich von den Direktoren der einzelnen Welten bewertet und dann wird das umgesetzt. Und wir haben so einen Teams-Kanal und da haben wir wirklich so ein Tool gebastelt. Da kann jeder Mitarbeiter, egal wo er arbeitet, es muss kein Entwickler sein. Wir haben ganz viele Ideen von Leuten aus der Produktion, von Logistik und, und, und. Und ja, einfach alles für Sachen besser für den Kunden, für das Unternehmen und so weiter zu machen. Also nicht nur Produkte, sondern auch Prozesse, also Innovationen im Allgemeinen. Ja, wollen wir so ein paar Sachen uns mal angucken hier? Klar. Ich kann ja euch mal meine Ecke zeigen. Ja, gerne. Wir bleiben jetzt mal bei den 3D-Druckern. Schläft Wolfi eigentlich gerade hier drin? Ja, er braucht seine Pausen. Und er ist auch sehr empfindlich, was Geräusche angeht und deswegen haben wir das hier. Ja. Also hier seht ihr zum Beispiel, ich kann hier mal aufmachen, vielleicht sieht man noch ein bisschen besser. Und das Weiße, das Material, das ist nachher, das klebt fest und das ist wasserlöslich. Und ja, dann können wir das einfach an dieses fancy Becken da reinschmeißen und dann läuft es da zwei, drei Stunden und dann hast du halt nur deinen schwarzen Druck und alles andere. Also du musst da nicht irgendwie viel Handarbeit noch dran machen oder in kleinen Löschern was rausschwummeln oder so. Das ist einfach praktisch. Ja. Und hier vorne haben wir auch Fritz seine Ecke. Hat das er aufgeräumt? Naja, ist halb. Halb. Aber wir fangen mal hier an. Guck mal, hier ist so eine Carbon-Matte. Ja. Aber also da sind wir halt wirklich am Rumexperimentieren, was das betrifft. Nur am Rumexperimentieren, weil also die Rahmens selber kommen ja alles aus Asien. Mhm. Und aber um auch ein Gefühl für so ein Layer und sowas zu bekommen, haben wir schon auch mal selbst Sachen gemacht. Mhm. Und ja, deswegen ist so Zeugs dann halt auch da in der Gefriertruhe. Die sind halt da so mit Epoxy eingelassen. Und ja, so ein Prozess. Du hast da eine Form, legst dann diese verschiedenen Layer drauf und machst dann zum Beispiel so einen Druckluftsack außenrum und haust es dann damit in den Ofen rein. Das könnt ihr alles hier im Haus auch machen? Nee, das haben wir tatsächlich, machen wir das dann auch zum Beispiel mit der Hochschule Pforzheim zusammen, die halt so Materialexperten sind. Aber da sind wir öfters mal und probieren auch eigene Dinge aus. Aber ihr hattet eben das Interesse an der Gefriertruhe war so groß. Ich habe mal Schlüssel geholt. Wir können ja schon mal reingucken, was noch alles da ist. Diese Kryo-Kapsel. Das ist ja das neue Ding hier immer. Oh, da ist Unterdruck. Wolfi hat so viel eingeatmet. Und ihr seht auch, ne? Hier ist so auch Carbon. Pre-Prec. Sieht man ganz gut. Das wird auf Rollen geliefert. Und ja, wir schneiden uns dann zu, wie wir es brauchen. Und ja, viel mehr ist es nicht. Spektakulär. Ja, finde ich auch. Also an sich haben wir halt ein bisschen Werkzeug da und basteln hier rum. Und es sind hier schon die ganzen Ingenieure aus den jeweiligen Bereichen, kommen hier halt einfach rein, holen ihre 3D-Druckteile ab, bearbeiten die vielleicht noch ein bisschen und können die dann auch gleich an ihre Testfahrräder schrauben. Und dafür ist hier der ganze Space da. Schweißen wir jetzt auf was, Fit? Ne. Löten! Wusstet ihr, Björn, du bist sein Chef, ne? Nein. Ne? Nein. Nur Kollege? Kollege, ja. Bist du sein Chef? Ne, der Chef ist der Staffel. Wusstet ihr, dass er mal einen Praktikanten hatte, der hat ja immer an so ein Stromding angeschlossen hat, der hat ja immer Stromschlüsse gegeben. Extra, wenn der nicht performt hat. Bisschen Druck aus. Ja. Das macht er auch mit seinem Angestellten. Bist du auch schon angeschlossen? Kannst du hier löten? Ja, wir haben gerade keine Zeit gelötet und jetzt bist du zu später. Aha, stark. Ja. Ja. Wir haben alles durchgelötet. Habt ihr schon 3D gedruckt? Alles. Haben wir auch schon gemacht. Geil. Friedruhe, 3D gedruckt, alles. Kannst du noch einen 3D-Druckwunsch abgeben, dann drücken wir das über Nacht. Delfin. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und für den kleinen Einblick hier am Arbeitsplatz. Gerne. Ich glaube, das war's dann jetzt auch so ganz generell. Wirklich? Geht das schon? Ja. Ich glaube, wir sind dann jetzt durch. Wollt ihr euch auf einen Salatmittag? Geht, um ehrlich zu sein. Bevor wir jetzt den Salat essen gehen, verabschiede ich mich, verabschieden wir uns hier aus Koblenz. Das waren doch recht interessante und sehr vollgepackte 3 Tage. Für euch waren es jetzt 2 Videos. Ja, ich habe vieles gelernt, vieles gesehen. Das war schon ganz schön viel auf einmal. Das muss ich ehrlicherweise gestehen. Du kannst dir das Video nochmal anschauen. Das werde ich machen, auf jeden Fall. Danke an euch alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, stellvertretend. Und ja, mal gucken, wo wir uns dann das nächste Mal sehen, wa? Also, bis dahin. Haut rein. Ciao.